Ich lerne Deutsch. Nummer 7395 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Hast du heute schon genug Wasser getrunken? Du solltest wenigstens zwei Liter trinken. Hast du heute schon genug Wasser getrunken? Du solltest wenigstens zwei Liter trinken. Ein Reporter sammelt Informationen aus verschiedenen Quellen. Ein Reporter sammelt Informationen aus verschiedenen Quellen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich will. Ich muss darüber nachdenken. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich will. Ich muss darüber nachdenken. Wir haben über 100 Brillenfassungen in einer Vielzahl von Materialien zur Auswahl. Wir haben über 100 Brillenfassungen in einer Vielzahl von Materialien zur Auswahl. Ein Teddybär ist ein Begleiter auf dem Pfad der Träume. Ein Teddybär ist ein Begleiter auf dem Pfad der Träume. Heute bin ich schneller gelaufen als bisher. Vielleicht liegt es am guten Wetter. Heute bin ich schneller gelaufen als bisher. Vielleicht liegt es am guten Wetter. Das Fahrrad ist alt und rostig. Das Fahrrad ist alt und rostig. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Das Fahrrad ist ein Begleiter auf dem Pfad der Träume. Das Fahrrad ist ein Begleiter auf dem Pfad der Träume. Dann versuchts uns auf dem Pfad der Träume. Dann wird ein Begleiter auf dem Pfad der Träume.